Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu Minigolf in Minecraft. Ja, Minigolf in Minecraft nur durch Command Blöcke, Redstone und Design Künste. Willkommen im Rotstein Park. Ayosa 100 und ich bauen gerade einen Freizeitpark in Minecraft und das ist unser Minigolf. Lasst uns doch einfach mal die ersten vier Bahnen spielen und dann erkläre ich euch, worum es genau hier geht und was der nächste Fortschritt ist, besonders wie es weitergehen soll. Lasst uns beginnen auf Bahn Nummer eins. Wir bekommen, wenn wir Minigolf spielen wollen, einmal einen Golfschläger und eine Scorekarte. Beides werden wir später mit einem Texture Pack noch mal ein bisschen verändern, dass der Golfschläger nach einem Golfschläger aussieht und die Scorekarte nach einer Scorekarte aussieht. Rechtsklick drauf sehen wir, die Scorekarte hat gerade eine Seite. Das ist Bahn eins. Hier lege ich die Scorekarte auf das Lacturn und es taucht automatisch der Golfball auf. Wenn ich die Scorekarte aus dem Lacturn rausnehme, verschwindet der Golfball und das war's. So, das kommt drauf. Scorekarte ist eingelegt. Jetzt können wir spielen. Wir müssen auf diesen Ring einen Rechtsklick machen. Dadurch bewegen wir den Ball vorwärts. Und je häufiger einen Rechtsklick machen, desto schneller geht der Ball vorwärts und mit dem Pfeil, also mit der Rakete, können wir versuchen zu zielen. Ich versuche mal ein Hole in One. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das war ein bisschen zu schwach. Da müssen wir ein bisschen mehr, obwohl weniger ist mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt ist er drin. Zack. Einmal Grüßlicht. Schläge 2. Und in meine Scorekarte wurde jetzt notiert Bahn 1, 2 Schläge. Das Buch kann ich jetzt nehmen und gehe jetzt weiter zur nächsten Bahn. Bahn Nummer 2. Zack. Buch aufgelegt. Was ist denn bei dieser Bahn? Bei dieser Bahn ist da vorne das Ziel. Oh, 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 oh. Da muss noch was korrigiert werden. Hat keiner von euch gesehen. So. Schauen wir mal. Wir müssen hier versuchen, den Ball hier abprallen zu lassen. Dann da abprallen lassen und dann da rein. Okay. Schauen wir mal, wie wir das am besten. Also so wäre der Winkel. So wäre der Winkel. Ich glaube, wir müssen nicht so in diese Ecke spielen. Lass mal gucken. In diese Ecke. Und wir können schon ein bisschen Kraft auf den Ball geben. Nooo. Nicht gut gespielt. Aber egal. Ist nicht schlimm. Das sollte klappen. Wunderbar. Schon wieder zwei Schläge. Alles klar. Wir nehmen die Scorekarte an uns. So. Es geht weiter zu Bahn 3, die wir hier oben stehen haben. Bahn 3 hat auch eine Besonderheit. Und zwar gibt es hier ein Gefälle. Und wenn man zu viel Gas gibt, kann der Ball die Bahn verlassen. Dafür gibt es hier einen Reset-Knopf. Wenn ich den drücke, taucht der Ball hier oben wieder auf. Aber meine Schläge werden nicht resettet. Das heißt, es bleibt. Also man kann den Ball wieder zurück zum Beginn legen. Schläge werden aber nicht resettet. So. Wir müssen gerade nach unten spielen. Gerade. Es ist leichter gesagt als getan. den Ball geradeaus zu richten. So. Das sollte gerade sein. Ungefähr. Und gibt Gummi. Das war nicht gut. Warum? Aktuell bin ich nur so ein Zweier-Typ hier. Dreier. Nein. Ah. Da habt ihr es. Drei Schläge habe ich benötigt, um den Ball hier ins Ziel zu bekommen. Keine guten Bilanzen, Leute. Egal. Wir nehmen uns die Scorekarte mit. Legen sie jetzt auf Bahn 4. Bei Bahn 4 ist die Besonderheit, dass hier auf Eis gleitet der Ball. Und hier müssen wir den Ball so ein bisschen da vorne in diese Richtung bouncen. Ich würde sagen, jetzt einfach mal Vollgas. Schlecht. Okay. Next try. Vollgas. Ah. Schade. Das sollte reichen. Juhu. Drei Schläge. So. Und wir haben es durchgespielt. Das waren die Bahnen. So. Take Book. Und jetzt können wir halt in unsere Scorekarte gucken. Zwei Schläge bei der ersten Bahn. Zwei Schläge bei der zweiten Bahn. Drei Schläge bei der dritten Bahn. Und drei Schläge bei der vierten Bahn haben wir benötigt. Und das wird, wie gesagt, hier genauestens aufgepackt. Und später wird es dann so sein, dass man, wenn man komplett fertig ist, geht man zu einem Auswerter, einem Auswerterautomaten. Da packt man das Buch drauf und dann wird der Endstand eingeloggt. Also der Endpunktestand. So. Scorekarte und Schläge muss man sich im Clubhaus ausleihen. Und wie funktioniert das jetzt alles? Oder wie geht es jetzt weiter? Ihr seht, dass um diese Insel ein großer weißer Rahmen drumherum ist. Das hat was damit zu tun, dass hier unten Structureblöcke stehen. So. Wir können jetzt die Insel so, wie sie ist, abspeichern. Und wir können jetzt eine Version der Insel laden. Zum Beispiel die Standardversion. Wenn gerade kein Golf gespielt wird, sieht die Insel so aus. Das hier ist die Golf Engine. Die habe ich programmiert und euch schon mal vorgestellt. Das ist mein Bier. So. Normalerweise ist die Insel in diesem Zustand, wie ihr sie jetzt seht. Das ist quasi der Standardzustand. Und hier ist ein Clubhaus. So. Und das Clubhaus wird auch noch gebaut. Das ist quasi am Rand der Insel und am Übergang zur Insel. Die Idee ist folgende. Alle Spieler, die eine Partie spielen möchten, versammeln sich dann im Clubhaus. Hier gehen in diesen Raum. Und hier werdet ihr später Vorschaubilder haben zu den verschiedenen Biomen auf der Insel. Das erste Biom, was wir gerade gesehen haben, ist die Tutorial-Welt. Die wird nochmal ein bisschen verbessert, wo wir noch kleine Texte schreiben, wie Golf funktioniert, wie man richtig spielt. Man wählt das dann aus. Anschließend öffnet sich diese Tür. Und während sich die Tür öffnet, lädt die Insel. Das heißt so, jetzt, zack, buff, da ist unsere Tutorial-Insel. Das ist Tutorial-Island. Jede Insel wird einen anderen Namen bekommen. Insgesamt werden wir später 18 Kurse haben. Also 18 Bahnen haben. Auf der ersten Insel haben wir vier Bahnen. Dort sind Kurse 1 bis 4. Und das geht halt dann bis 18 hoch. So. Und hier wollen wir ein Tutorial machen. Das heißt, bei der ersten Bahn wird wahrscheinlich hier nochmal ein Buch stehen, wo dann, oder vielleicht kurz eine Erklärung kommt. Da steht dann, wie spielt man überhaupt Golf? Also wie macht man das richtig? Man muss zum Beispiel halt wissen, wie man den Schläger bedient. So. Das ist halt erstmal wichtig bei der ersten Bahn. Bei der zweiten Bahn muss man lernen, wie man um die Ecke spielt. Das heißt, wie man Minecraft ausnutzt, die Mechaniken ausnutzt, um den Ball, um die Kurve zu lenken. Bei der dritten Bahn muss man lernen, dass man auch den Ball runterspielen kann und sollte nicht zu viel Kraft auf den Ball geben, weil er sonst einfach übers Ziel hinaus schießt. Und die letzte Bahn führt den Spieler so ein bisschen in die Logik ein, dass man auch solche Sachen nutzen kann. Später wollen wir natürlich auch Bahnen bauen, wo sich was bewegt. Also die Windmühle sozusagen. Ihr kennt es, die Windmühle. Wir wollen eine kleine Achterbahn bauen. Wir werden lustige Bahnen bauen, wo der Ball irgendwas auslöst. Zum Beispiel habe ich mir vorgestellt, so eine Minenbahn, wo der Ball gegen ein TNT fährt. Und der TNT explodiert dann und boostet den Ball dann weiter. Also solche Kleinigkeiten werden wir machen. Wenn man fertig ist, wird es später so sein, dass es ein Rundgang ist. Die Tutorial-Insel ist jetzt noch relativ, so relativ roh, muss ich sagen. Die anderen Inseln werden eher ein Rundgang sein, dass man quasi herum geht um die Insel. Man kommt am Ende hier auf dieser Seite wieder an und geht hier zurück ins Clubhaus. Und sobald alle Spieler wieder zurück im Clubhaus sind, schließt sich diese Tür und diese Tür öffnet sich. Was bedeutet, dass man dann wieder in den Raum geht. Das heißt, sobald das Spiel halt begonnen hat und die Tür offen ist und die Spieler gehen auf die Insel, also sobald sich Spieler auf der Insel befinden, schließt sich diese Tür hier ab. Dann kann kein weiterer Spieler mehr in den Auswahlraum reingehen. Und alle Spieler, die gerade auf der Insel sind, müssen halt sich dann hier vorne treffen. Und dann geht es wieder zurück in den Auswahlraum. Das Schöne ist halt, man kann auch die Bahn in anderer Reihenfolge machen. Es ist egal, welche Reihenfolge man macht. Später wird das System nur berücksichtigen, in der Punktewertung, ob alle Bahnen gemacht sind. Wenn man eine Bahn wiederholt, zählt das nicht in die Punkte mit rein. Das heißt, es wird zwar in die Scorekarte reingeschrieben. Das heißt, wenn ich zweimal die Bahn 1 mache, wird zweimal eine Seite in der Scorekarte erstellt. Das lässt sich aktuell nicht vermeiden. Ist aber nicht schlimm. So, weil wir keine Probleme haben. Gut. Ich glaube, das ist alles, liebe Leute. Das ist Golf in Minecraft. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Sonntagsabends ist immer Rotsteinpark-Stream. Da wollen wir live an der ganzen Sache arbeiten. Wenn es euch Spaß macht und ihr dazugucken möchtet, seid herzlich eingeladen, jeden Sonntagabend mitzugucken. Weistens ab 19 Uhr. Ich freue mich auf euch. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute. killed poet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020